Wir haben unsere Durchmarschiererei-Marschparte erledigt. Jetzt wird es wieder ein bisschen filigraner. Wir sind auf unseren Plätzen angekommen. Ihr könnt euch mit dem Letzten auch schön nochmal versetzen, dass ihr versetzt steht. Gut, weiter geht's. Eure Hände werden abgespreist. Wir machen einen Tap-Tap hier unten und einen Tap-Tap hier oben. Dann geht unser linker Fuß raus und macht einen Schiebeschritt. Links raus. Einmal davor, die Arme kreuzen. Einmal auf und wieder ab. Einmal zusammen. Fünf, sechs, sieben, acht. Wir tapfen unten, tapfen unten und schieben. Mehr gibt's heute nicht, weil der nächste ist ein bisschen komplizierter. Das machen wir aber einmal zur Musik. Was ist das? Also springen mich. Das machen wir zwei. Also sprachen wir mal. 야- Untertitelung des ZDF, 2020